Der amtierende Meister FC Bayern München konnte natürlich wieder einmal das Bundesliga-Auftaktspiel dieses Mal der Saison 23-24 für sich entscheiden. Und zwar hat man gegen Werder Bremen mit 4 zu 0 auswärts gewonnen, was sich zunächst einmal recht souverän und überzeugend anhört, aber nicht über das komplette Spiel auch so war, wenngleich man sagen muss, die Bremer waren auch extrem schwach, vor allem defensiv. Aber wir gehen das Ganze einfach mal von vorne bis hinten durch und dann gebe ich noch so ein bisschen meine Erkenntnisse zum Spiel ab. Und zunächst einmal war es direkt mal ein früher Treffer der Bayern, ohne große Chancen davor. Und zwar war das katastrophal von Bremen. Sie standen viel zu hoch, ohne Absicherung. Kane lässt sich eben fallen, spielt einen Doppelpass mit Sané, schickt ihn in die Tiefe und er ist einfach komplett durch, weil da jegliche Absicherung fehlt. Friedl viel zu hoch und dann ist er eben vor dem Torwart, muss nur noch einschieben und so stand es eben früh 1 zu 0. Bayern konnte dementsprechend Kontrolle ausüben, hatte dann auch über 70% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Man muss sagen, Bremen stand zunächst noch relativ hoch. Deswegen ist ja überhaupt auch das Tor so in der Form gefallen. Das war dann auch nach dem Rückstand noch kurz so, wo man dann auch nochmal ausgekondert wurde, wo dann aber keine Chance daraus entstand. Und so hat man sich dann entschieden, viel tiefer hinten rein zu stehen, erstmal nichts zuzulassen. Und das hat auch in der ersten Halbzeit recht gut funktioniert. Bayern eigentlich nur mit Distanzschüssen gefährlich, aber ansonsten in der Box, im Strafraum keine Torgefahr. Und so ging es dann halt wirklich ohne wirkliche Bremen Chancen in die Halbzeit. Und da hat sich das Ganze dann doch schon recht deutlich gewandelt. Ole Werner hat sich dafür entschieden, die Werder Rana viel früher anlaufen zu lassen, in ein hohes Pressing überzugehen. Und das hatte auch durchaus Wirkung. Gerade direkt nach der Halbzeit kam man zu einigen Chancen, vor allem bedingt durch den ein oder anderen hohen Ballgewinn, durch das hohe Pressing. Und die Chancen konnte man dann halt leider nicht nutzen und dementsprechend kam es, wie es kommen musste. Die Bayern haben das Spiel halt weiter kontrolliert. Bremen hatte seine Chancen, aber ihnen ging dann auch so ein bisschen die Luft aus. Denn ab der 62. Minute kam man dann selbst auch nicht mehr zu Chancen. War dann weiter eher noch im Verteidigungsmodus, obwohl man halt einige Offensivspieler auf denselben Positionen eingewechselt hat. Gerade Berg als rechter Außenverteidiger, Kovnatski als rechter Achter bzw. Zehner. Und so kamen die Bayern dann auch noch zu den weiteren Treffern. Zunächst in der 74. Davies mit einem Durchbruch links und legt dann quer auf Kane, was auch wieder katastrophal verteidigt ist. Da muss einfach einer am Mann bleiben. So hat Kane einfaches Spiel, kann das 2 zu 0 erzielen. Somit zwei Scorer in seinem Bundesliga-Debüt. Wo ich sagen muss, Kane hat echt ein gutes Spiel gemacht, aber eigentlich gar nicht mal da, wo man es von ihm sich wünscht. Denn er hat zwei Ecken geklärt mit dem Kopf hinten, war da extrem wichtig, auch defensiv. Dann hat er sich im Aufbau oftmals fallen lassen und da teilweise bessere Bälle wie die restlichen Spieler gespielt. Was dann halt aber auch dazu führt, dass er vorne fehlt. Und so war er oftmals gar nicht da, wo man ihn wollte, nämlich vorne drin im Strafraum. Aber es ist ja letztendlich gut gegangen und deshalb ein gutes Debüt overall gesehen von ihm definitiv. Und dann haben halt noch die Joker gestochen. Müller, Chubomoteng und Tell kamen rein. In der 90. ist es dann eben Müller mit einem genialen Spielzug-Doppelpass mit Chubomoteng. Und dann ist er durch und kann einfach für Sané querlegen, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat heute. Mal schauen, ob er das so konstant über die Saison zeigen kann. Heute auf jeden Fall mit einem Doppelpack. Mit Kane auf jeden Fall der Spieler des Spiels. Wobei auch Coman an einigen entscheidenden Aktionen gerade in der zweiten Halbzeit beteiligt war. Denn vor allem die linke Seite, muss man sagen, war extrem stark. Da gingen die meisten Angriffe von aus. Gerade das Dreieck, das sich oft gebildet hat, war extrem stark. Aus Davies, Coman und Musiala. Davies ja auch mit zwei Vorlagen am Ende. Denn er legt dann auch noch in der 94. das 4 zu 0 für Tell auf. Der auch trifft, was mich auch für ihn gefreut hat. Und so dann letztendlich ein recht hoher Sieg. Was nicht unbedingt so hoch hätte ausfallen müssen. Gerade mit der Drangphase von Bremen. Also da ist der Abstand dann schon ein bisschen zu hoch. Aber der Sieg ist natürlich hoch verdient. Bayern hat das Spiel über große Teile des Spiels kontrolliert. Ansonsten war tatsächlich auch Ulreich heute recht gut im Spielaufbau. Sehr ungewohnt. Aber wenn er das so halten kann, wäre das auf jeden Fall auch wichtig. Gerade wenn man hoch gepresst wird. Und ich glaube, wenn Müller mal von Anfang an spielt und mit Kane zusammen, könnte das echt gefährlich werden. Weil niemand hat so ein krasses Spielverständnis wie die beiden. Und ich glaube, das könnte das gefährlichste Duo werden. Die können extrem harmonieren. Und da freue ich mich drauf, das so zusammen zu sehen. Ansonsten zu Bremen. Ja, war defensiv vor allem von der Dreierreihe hinten katastrophal. Ansonsten gab es auch große Lücken. Lienen auf der 6 fand ich tatsächlich gut bei seinem Bundesliga-Debüt. Auch wenn er oft im Stich gelassen wurde, hat er noch das Beste daraus gemacht. Das soweit meine Erkenntnisse. Beziehungsweise mein Spielbericht zum Spiel. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Stimmt ihr mir zu? Oder ist euch noch was anderes aufgefallen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.